2010 startet Berlin Avantgarde. Wir sind in den letzten, gegenüberliegenden Räumen des ehemaligen Metropol-Theaters in der Neulendorfstraße 11 bis 12. Unser Konzept, wechselnde Ausstellung mit nationalen und internationalen Künstlern, sowie eine Mischung aus Designobjekten für Wohn- und Geschäftsbereiche. Mit unserem Medienpartner Berlin24 TV Magazin und Radio haben wir die Ausstellungsreihe Hall of Fame Berlin 40 Jahre Musikgeschichte bei uns integriert. In der Galerie wurden Künstler aus China, USA und Deutschland mit goldenen Schallplatten ausgezeichnet. Berlin24, King Ralf Radio, sendet live aus der Galerie. Künstler und Kreative aus allen Bereichen können während der Sendezeit von Berlin24 TV und Radio ihre Arbeiten vorstellen und für sich selbst werben. Wollen Sie eine besondere Auszeichnung mediumwirksam verleihen? Dann beraten wir Sie bei der Umsetzung. Berlin24, das Magazin, jährlich über 1,5 Millionen Aufrufe. Das adäquate Werbeportal für Sie? Berlin Avantgarde, Berlin24 TV und Leitgeist Records haben Kunst, Medien und Musik zu einer innovativen, kreativen Einheit zusammengefügt. Kunst, Design, Musik und Medien unter einem Dach. Vielleicht auch für Sie interessant? Kunst zu moderaten Preisen. Zum Beispiel die Auflösung der Privatsammlung Horstmark. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.